Das Augsburger Top-Talent Franjo Ivanovic ist im Gespräch bei Borussia Dortmund 2. Ich habe euch ja schon vor wenigen Wochen berichtet, dass der Vertrag hier ausläuft von unserem Top-Tor-Schützen der Regionalliga Bayern. 32 Spiele, 16 Tore, 2 Assists habe ich hier notiert. Gerade körperlich hat er sich enorm entwickelt die letzten Jahre in seiner Zeit in Augsburg. Und er gilt als sehr vielseitiger Stürmer, kann auch auf dem Flügel spielen, im Zentrum. 1,85 Meter groß, Rechtsfuß, gutes Tempo, wuchtig, kann alles, hat gute Laufwege, eine solide Technik, guten Abschluss. Also er ist ein ganz spannendes Paket hier auf jeden Fall für die Zukunft. Und jetzt hat Borussia Dortmund 2 hier wirklich die Fühler nach ihm ausgestreckt. Es hat scheinbar schon ein Gespräch gegeben mit der Beraterseite und es scheint hier schon konkreter geworden zu sein. Fakt ist, es ist nicht nur der BVB 2 dran, sondern auch mehrere Teams scheinen ihn zu beobachten. Er ist nun mal wirklich ein spannender Spieler, Stürmertyp. Er hat eine Top-Tor-Cote für den 19. Markwert von 200.000. Es wäre wirklich extrem schade, wenn wir ihn hier verlieren. Dortmund 2 scheint die Klasse zu halten in der 3. Liga. Sprich, würde es zu diesem Wechsel kommen, würde er eine Liga aufsteigen von Regionalliga Bayern in die 3. Liga. Ich habe ja schon bereits gesagt, er muss auf jeden Fall so oder so einen Schritt aufwärts machen. Dafür ist seine Leistung wirklich zu gut mittlerweile. Er trifft konstant, ist ein absoluter Top-Spieler in der Regionalliga Bayern-Mannschaft. Und noch ein Jahr in der Bayern-Liga hätte vielleicht für seine Entwicklung keinen Mehrwert. Ich sehe hier ganz klar für ihn selber den Schritt in die höhere Liga sinnvoll. Mein Wunsch wäre gewesen, dass der FC Augsburg hier den Vertrag verlängert und ihn dann ausleiht in die 3. Liga, 2. Liga oder halt eben in eine Liga, wo er sich einfach spielerisch weiterentwickeln kann mit einem höheren Niveau. Vielleicht Österreich 1, wie es jetzt ein Maurice Malone macht oder sowas. Das hätte ich sehr gerne so gesehen. So hätte man ein super Talent an sich weitergebunden und ihm auch einfach die Chance gegeben, auf einem höheren Niveau sich zu entwickeln. Es scheint aber hier wirklich nicht dazu zu kommen, was wirklich extrem schade ist. Muss ich wirklich dabei bleiben. Es tut weh. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich der Junge entwickelt. Ich gehe mittlerweile wirklich davon aus, dass es zum Wechsel kommen wird. Er ist 2015, 2016 von der Meierhofen-Jugend zu Augsburg gewechselt. Dort hat er die U17, U19 durchgemacht und spielt jetzt eben in der Regionalliga Bayern und sorgt einfach für Furore. Ja, Leute, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Gerücht rein. Es wird hier scheinbar ja wirklich konkreter, wenn es hier wirklich Kontakt zu den Beratern schon gab. Über eine Stunde soll dieses Gespräch auch gedauert haben. Findet ihr es genauso schade, dass man hier dieses Top-Talent nicht weiter an uns binden konnte? Oder gibt es hier noch ein Happy End? Wie ist so euer Gefühl, was Ivanovic angeht und dieses Gerücht? Euer Dennis und ich sage bis bald. Ciao, ciao. Hey, 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 hey! Oh, geht's das, klar, geht's!